So, neue Runde-Doll mit Kati, Sascha und zwei Abonnenten nochmal von mir. Ich spiele diesmal Ash, Kati spiele Soraka, dann haben wir noch einen Wandel im Jungle. Melfight Mitte, Mitte? Nee, Top. Nein, Top. Und dann nochmal in der Mitte. Penis, ja, witzig, Kati, witzig. Kati hat einen Nachkampf. Witzig, Kati wispert mir Penis. Sehr witzig. Also wir können die eigentlich kaputt machen. Ich habe gesagt, ich darf nicht so einständiges mal sagen. Wir können eigentlich... Wollen wir invaden, oder? Nee, 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 brauchen wir nicht. Was machen die denn da unten? Äh, Tower Dile. Ja, die wollen locken. Nein, die wollen Soraka Tower Dile, scheinbar nicht da. Raka ist doch hier. Ach nee, deswegen ja. Also, ich habe First Crit immer noch. Japp, japp, japp. Ja, wenn die kommen, lass sie einfach zerstören. Die kommen sowieso nicht. Das sollte Top nicht mehr Top. Oh ja. Kann ich was sagen, soll nicht mehr. Du kommst ein bisschen später auf deine Lane. Ah, passt schon. Wenn ich Udi Top habe, ist das kein Problem. Wenn die Wind Top ist, ist das ein Problem. Lass mal hier rein, Kati. Oder die invaden Blue und ich bin vielleicht tot. We are one people. Hm, nee, wir wollen die ja im Blue invaden. Ach nee. Nein, das nicht. Hätte schon gedacht, dass die ein bisschen mehr machen. Die können aber hier im Busch sein, Kati. Ey, ich komme nicht zu spät auf die Lane, weil gar keiner da ist. Boah. Die Siminions sind ja nicht drin. Oh, oh. Hier kämpft er. Der Asi. Na, keine bösen Wörter. Ja, sorry. Die ist hier schon wieder Black Ops 2 Niveau. Ich kann nicht Lars hitten. Also, ich habe in meinem Leben ja noch nie geflimmt. Ja, nein. Alles voll der harmlose Boy. Auf jeden Fall. Witzig ist auf jeden Fall. Ja, das mache ich immer. Wie macht der U dir denn so viel Damage? Was war denn das? Hm. Ich glaube nicht, dass die so viel Spaß hier haben werden. Also, ich denke mal schon, dass die viel Schaden machen, wenn die einmal an uns rankommen. Aber, was haben die nochmal im Jungle? Riddle, ne? Ja. Bäh. Weil die haben keinen AD, ne? Was machen die denn im Late Game? Brauchen wir einen Top Gang. Wenn dann der Peric auf einmal 1000 Damage macht, pro Schuss. Dead, dead can ward und ein Hillcourt ist schon weg. Gott, ich habe die scheiß HP-Leiste von einem dicken Mä. Ich bin fast da. Der ist aber da im Busch, der ist da, oder? Nee, kurz vorden. Wollen wir drauf. Ich bin natürlich auch Schuhe gekauft. Wer? Fiona. Ja. Das macht der Dennis auch immer so. Dennis holt sich immer Schuhe mit jedem Supporter. Ich weiß auch nicht warum. Jetzt habe ich gerade ein Level abbekommen und das hat mir mein Leben gerettet. So geil. Boah. Ey, die Salve von Ash. Ist so krass. Bist du mit Mana Mune oder normal? Brauche ich ja nicht. Ich habe da Ash. Ja, ich habe da Soraka. Achso, stimmt. Ich bin noch kein einziges Mal hin. Ich muss da. Ja. Du hast da dein Mana weg. Aufskillen. Ich möchte dich was heißen. Da kommt Phyllisis. Tropesis. Na, du bist ja ein Süßen. Ich bin fast da. Top hat sich immer noch kein Watt geholt. Red Buff, okay. Gut. Wenn du willst, kannst du nochmal Top kommen. Der hat immer noch kein Watt geholt. Ey, halt, zumalte der mir einfach den Dicken weg. Ich glaube es ja nicht. Ey, du hast ein Triple Kill bekommen. Ja, cool. Alles durch meine Leistung, ganz klar. Ja, sicher. Zumalte der mir eiskalt den Dicken Minion weg. Der Udi outfarmt mich. Ja, Udi ist krass top. Ja, ich muss jetzt erst base, dann komme ich. Ja, der ist nicht krass top. Der ist ein Follower. Der macht irgendwie viel. Der hat Rüstungsbedrehung. Ja, Udi macht ja auch. Der kann keine Rüstungsbedrehung haben. Nicht bei den AD, die der hat. Ja. Also. Muss ja aber. Weil normalerweise macht mir ein Udi nicht so viel Damage. Ja, das ist Tiger Stands, Udi. Der macht immer so viel Damage. Mongo Stands, Udi. Was für ein Ding? Nix. Ja, ich hab da gerade wirklich nicht verstanden. Ja, ist egal. War unwicht. Unwicht. Okay. Nein, war kein Besucher. Was so ein Schlimmes wie Penis. Das war unallständig. Das muss zensiert werden. Ja, da mache ich einen schwarzen Balken drüber am Anfang des Videos. Toll, danke Kati. Hab ja noch nicht genug zu tun hier. Nur Video-Editing hier machen, ey. Udi ist, ey. Na, wo ist er denn? Kämpft er wieder im Busch? Wir sind mein Last-Hitting-Skills aber nicht so die besten, ey. Das ist immer noch weg, wo ist der denn? Ach, da sei er wirklich. Aber jetzt hat er sich ein Mord holen. Ehrlich gesagt, hab ich kurz gedacht, ich sterb. Wirklich? Ja, ja, nee, jetzt wirklich. Also... Ich hab ein Fiddle gefunden. AFK-Fiddle. Ich komm hoch. Ja, dem Wort hat er nicht gestellt. Warum sind momentan so richtige Troll-Days hier? Also... Gestern hatte ich das schon ein paar Mal... Komm, geh mal drauf. Äh, ich hab kein Mana für Ulti, aber von mir aus... Jetzt hab ich... Du bist da. Komm mal her. Yay, Blue Ash. Ach, wenn ich einen Blue so racke, wenn du dir meinen Mana anguckst und dann... Nein, der ist zu schnell. Ich hab keinen Coo. Da ist ein Fiddle. Oh, oh. Ah. Scheiße. Ah, ich hätte noch ein bisschen warten sollen, bis ich Mana... Die kommen. Ihr solltet da aufpassen. Und... Oh, danke. Jetzt kriegt ihr meinen Blue. Nur weil du mir nicht geholfen hast. Er kriegt gar nix, Mann. Okay, gut. Danke. Der kriegt gar nix. Da hast du deinen Blue noch. Ja, deswegen war ich ja sehr gut. Ja. I like. Ich hab ja auch gesagt, danke. Ich muss mal weg. Gold. Obwohl, ich könnte trotzdem Blue Ash spielen, aber... Nee, das mach ich nicht. Das ist sowieso krass, was die mit Trundle gemacht haben. Ich finde dadurch, den Rework ist der richtig super strong einfach geworden. Gerade weil du halt Blade of the Ruin King baust und dann rastelst du mega aus mit dem Champ. Damit der Udi outfarmt mich so easy, ey. Das stimmt schon, ja. Das geht gar nicht. Udi outfarmt dich? Ja, easy. Ja? Kann nichts machen. 45 PS, Mann. Du bist eigentlich so lange in der Base geblieben. Ich? Ja. Ja, weil ich meine WhatsApp-Nachrichten gelesen habe. Sehen die mich? Am Film. Ja, ich denke. Am Film, ja. Aber da ich hab mit Malfight sowieso mit den Handschuhen anfangen, ist das kein Problem. Welchen Handschuhen? Leona, was machst du da? Äh, Eisquelle-Handschuhen. Oder, nee, Eis-Geborene-Handschuhe, sorry. Hallo, Leona. Und, Lysin. Und, Lysin. Cool. Naja, die sind hier unten nicht mehr da, sorry. Und, hallo, Udiah an meinem Tower. Vier Stück Mitte. Ich glaube, Udiah kommt auch noch Mitte, ne? Ja, die Trollen. Ja, die Trollen. Ja, aber fünf Leute Mitte ist OP. Ja, ich komme auch gleich runter. Das ist nur eben die Top, ey. Ich gucke schon mein Tower her. Gar nicht. Ich weiß nicht, wo der Udiah ist, ne? Ah, so knapp. Ja. Okay, Udiah ist wieder hier oben. Ja, du portest mal nicht weg. Ey, 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 Kati, nein. Ne, ich kann dir nicht helfen. Du kommst doch raus. Entspann dich da ein bisschen mehr. 10 HP. 10. Ja, hast du keine Ulti gehabt? Ne. Ulti hatte ich schon raus. Ne, hab ich nicht. Dann ging es dir doch gut. Ja, ich hatte aber den Top, ja, 10 HP ist nicht, mir geht es gut, Kati. Was ist da los? War ein bisschen Abatmung gerade gehabt. Hm. Er ist okay, Kati, komm. Hm. Hat die halt irgendwann, ach, keinen Bluboff mehr. Stimmt, unterstimmt. Hm. Oh, für uns im Trollen ist einer. Weiterhin. Hm. Hat denn der Udiah für Items? Ich bin hinter dir oben. Udiah weiß schon. Ja, aber der hat gewartet da. Ich glaube, Udiah kennt Malfight nicht. Wieso? Weil er mir die ganze Zeit mit Bear hinterherrennt, wenn ich mein Q auf ihn mache. Warte, bin ich trotzdem schneller als er. Und ich hab Laufswidrungen. Ja, wir sollten eigentlich mal unten hingehen. Also, aber es ist halt nicht so gut. Ja, ich seh's. Na ne, der ist weg. Lauf. Ich hab nicht mehr so viel Mana. Er spart dir das dann. Irgendwann, der gestand ist. So lustig, ne? Kragas, ich weiß nicht. Drop ist er nicht mehr. Alter. Ich glaube, der ist wieder mit, ne? Der epischste Minion Block ever. Der ist wieder oben. Der ist hier oben. Der Lee Sin macht, oder? Was? Boah. Was macht er denn von Damage, Alter? Der Lee Sin rastet richtig aus, ey. Manaf, eine Ulti hätt ich. Ne, ne, lass mal. Der, der, der damage mich einfach weg, der Udo. Ja, ich weiß. Der muss Rüstungsdurchdringungen haben. Hat der aber nicht, wie gesagt. In den Ruhen ist auch kein einziges Rüstungsdurchdringungen drin. Und verstehe ich nicht, wieso er so viel damit ist. Ja, weil der Tiger ist. Tiger ist auch hier oben. Hat doch damit nichts zu tun. Lauf, der Tiger macht einen Dot auf dich. Der macht aber keinen Prozentualschaden. Ne. Verstehen wir. Oh, was ist jetzt los? Oh, Leon hat sich nicht gefährlich. 74 Rüstungen, das ist auch nicht viel. Ja, das kommt ja noch. Ich bin Melfi. Deswegen macht der so viel Damage. Lol, der stirbt nicht. Nein. Oder? Letzte Tick, ey. Top SS. Klass, wie der Lee Sin mich echt noch mit Leona trotzdem zerstören kann, also so, ne. Ich hab auch nicht so mega krass gefahren oder bin gefühlt. Ah, ich hab Teleport mitnehmen sollen. Stimmt, hab ich jetzt vergessen. Hätt ich auch Bock ganken können. Oh mein Gott, fliegt die vorbei? Ne. Okay, das war jetzt, äh, auf der Killtisch. Macht übelst viel Damage, der Lee, ey. Der ist so krass, ne. Der hat 120 AD, man. Der macht Schaden, als wie manche ADs mit 200, ey. Einfach, weil die Spells von dem so krass skalieren, ey. Einen hohen Grundschaden haben, einfach. Okay, Udi, fängt mir als Blade of the Road King an. Ja. Ja, da spielt man so wie Jondel oben. Naja. Gegen Melfight hätt ich aber lieber im Russland sich drungen angefangen. Hättest du ihn haben? Ja, würd ich schon gerne haben. Obwohl, ich bin Ash, ne, du kannst den auch nehmen. Ne, Udi, SS, ne. Da ist ein Programm für mich. Glaub ich beworben. Ich hab' ich gehofft. Ich hab' ich gehofft. Na, der hatte bis eben nen eigener, ne. Achso. Na dann. Gucken wir einfach, ob jeder Schicksal das möchte. Hauptsache der Gegner kriegt den nicht. Der Kragas hat den nicht. Oh mein Gott. Ja, jetzt machst du weniger Damage, Udi, ne. Was machst du? Ja, Tadon hat geholfen. Ich hab' mir diesen Block genommen. Ich komm' wieder hoch. Ja, ich kann ihn jetzt auch behalten. Ne, nur auf der Lane. Halt den nur auf der Lane. Gut, dann bin ich jetzt tot. Ja, aber... Oh, okay, der in die Sinn ist ein Trottel. Ja, der ist ein übelster Trottel. Nur mal mit der Kuh nochmal anhauen. Jetzt, Udi. Errore Borde. Warum hat der geflasht, der? Boah, das ist so krass einfach, wie viel Schaden dieser Champion macht, echt. Ey, ich komm' darauf nicht klar, Mann. Das ist so übel. Scheiße. Ah, wieso sterb' ich denn noch? Und nie mein Arrow ready, ey, wenn ich... Der auf mich... ... im Gage, ey. Ah, der Damage ist so krank, ey. Oh. Oh, bitter. Nur wegen dem Scheiß-Highlands, sonst wäre das überhaupt nicht nötig oder möglich gewesen. Ich hab' Flash und Ulti und Highlands und mhm... Sein... ... mhm. Ich geb'n Pfeil, mhm. Was hast du denn, ey? Gut, da unten, deine Lansion. Ja, ich bin schon seit 10 Minuten alleine auf der Lane unten. Irgendwie nicht so cool gegen den Lee, weil der mich einfach umbringt. War eben noch neben dir, als du umgebracht worden wirst. Da bin ich mit dir gestorben. Oh, der ist weg. Ja, eben gerade als du alleine warst nicht, aber vorher meintest du, krass, dass du dich mit dem Latif weich genau neben dir. Naja. Naja. Das heißt, du warst einmal jetzt alleine auf der Lane. Ja, Udi hat auch ein Ding zu ördlich. Und zwischen Trundle und Tadon zu Besuch. Udi hat seine Blade fertig. Ach ja, ist ja so slow, ey. So krass. Und wie kommst du jetzt eigentlich an den Blubber? Ich hab den Gragas... Ach man, du Fiddle. Ich hab den Gragas gekillt. Und? Oh, der hat geordet. Ja, ich muss gleich mal gucken. Vielleicht mal Rake kaufen. Ja, aber er ist noch Rake unter Pink Road. Gibt's nicht. Da ist einer drin. Beide. Ich dachte nur einer. Nur so ein Teil. Gragas... Ne, ist Mitte noch, okay. 10 Sekunden wieder Arrow. Wenn von mir aus hochkommt. Stand together. Ja, locken kannst du mich gerne ein andermal. Nehm dich auseinander. Boah, das kann doch nicht wahr sein, echt, ey. Boah, wie kann man denn so krass tryharden, ey. Das ist doch unglaublich, ey. Die versuchen mich mit allen Mitteln umzubringen. Scheißegal, ob da 200 Mann ihre Beschwörerzauber benutzen müssen oder nicht, ey. Ist das heftig. Ist das echt unnormal. Oh, der ist weg. Krass, krass, ey. Oh, da ist er ja wieder. Ich hab auch null Escape-Möglichkeiten mit Ash. Einmal, dass ich einmal gecatcht bin, ey. Dann bin ich dran. Okay, seine Blade ist weg. Ich kann mich nicht so verdauern, ey. Drei Meter. Ich kann mich nicht so verdauern, ey. Der sieht uns. Ja, der hat ein Wort. Ich wollte auch ein bisschen heal, Herr Kopp, ja. Die kommen hoch. Aber die machen dich, Alter. Ich glaub, eher nicht. Okay, Udi hat die Gnite raus, aber ich muss taffeln, es weg, sonst geht's hoch. Sehr gut. Also Udi, Flash und Iglatron. Und seine Blade ist auch weg, ne? Ja, aber wir können nicht. Udi, kannst du nicht. Also, ich kann da nicht hin. Ich nehm da aus, Mann. Viel zu machen. Halt ein Udi. Aber der Tor ist auch da und. Also, ich mein, die spielen schon echt merkwürdig, oder? Sehr merkwürdig. Aber die machen halt trotzdem Schaden, weißt du? Das ist ja das Lustige. Wir könnten Dragon machen, oder? Wir haben Drake doch. Nee, Drake ist wichtiger. Dragon haben wir gemacht. Ist er weg? Nein, ich hab doch gesagt, ich glaube, die haben dann uns stattdessen gemacht. Udi ist weg. Ich denk mal, der geht weg, oder so. Wären du da? Ich hol dir lieber unten den Farm. Ja. Und Mitte defen, einer ist wichtiger. Ist deren Blue Buff. Wir brauchen eigentlich sowieso nichts. Nichten sich ja sowieso schon fast selbst. Was für ne Abklingzeit hat denn die Soraka-Ulti? Weiß ich nicht. Boah, krass, ey. Irgendwie. Einfach 200 Zauber wieder benutzt haben, ey. Mh, drei Ultis und was weiß ich alles. Ja, für einen, weißt du? Für einen. Halt sterbe ich. Halt so krass. Ja, das Gute ist, ich bin Malfight. Ich brauch keine Kills. Ich bin auch so nützlich. Hihi, aber ich hab Spaß. Mach, das sei der Udi. Und dort. Hihi, ja, ich war doch Gase sterben, sowieso. Unser Blue Buff ist auch, ne? Ja, der Talon ist in der Mitte. So. Willst Talon oder Blue Buff? Könnten den... Faster than my arrow? I think not. Lol, ich hab den gestealt mit ner Salve. Oh mein Gott. Ein Fail war das denn, Alter. Ich hab einfach blind ne Salve über die Wand geschossen, den Volley und ich hab den... ...ging gestealt, ey. Oh mein Gott. Das ist echt peinlich. Hätte ich auch nicht gedacht, ja. So weit möglich ist. Was baut sich der Udi denn jetzt? Hä? Was hat der denn? Ein Mana-Kristall. Ja, der baut sich Eispawn-Ground durch. Achso, ja. Ja, die hab ich auch schon. Der ist SS, der Udi. Ich glaub ich müsste Frozen Heart bauen gegen den. Geht's auch nicht weiter. Das ist glaub ich der erste Melfer, den ich sehe, der Eispawn-Ground baut. Ja, ich spiel mal... Ja, komm ich halt gut hinterher, ne? Jo. Danke für die Wards, Leona. Heh. Three gold. Mach den Ward kaputt. Komm hier, ey. Oh ja, jetzt keine Faxen mehr mehr. Da kommt die Fiddle-Ultie. Ich hab kurzzeitig so ne Krähe schreien hören. Und so kann man mit Malphi doch gut farmen. Ja. Ja, aber da find ich ganz normal mit dir. Oh, Bot, Bot, soll ich... Ich geh im J-Bot. Ja, können. Nee, seid ihr da zu viert. Oh, oder? Ja, das kriegt ihr hin. Ach, doch genug damit. Ja, ich hab Peric von Kuntanz verpasst. Ah! Da kommt einfach der Pokal vor sein Gesicht. Das ist so lustig an Trondor, echt. Ja, irgendwie kommen die ganz schön aggressiv rein in uns. Okay. Hallo? Okay, irgendwie sind alle gerade rausgeschlungen aus dem Team Speak. Oh, great. Oh, die Er... Leona, ey, die hat ja Balls. Sind alle wieder im Team Speak, oder? Ja. Okay. Kati auch? Ich war nie weg. Achso. Du bist weg. Ja, irgendein auch jemand anders. Also ich hab auf einmal... Verbindung verloren. Wollen wir nicht einfach finishen hier? Ja, ich würd' ja auch sagen. Aber lass doch an die Minions denken. Ja. Ja. Lol, hat der geflasht? Kann ich auch... Flash. Hat er noch ein Wort in mein Gesicht reingesetzt? Ich geh immer weg. Ach, wir können nicht pushen irgendwie, ne? Das war kacke. Egal. Claudian Buffs und alles und dann... Ja. Wollen wir gleich nochmal wiederkommen. Ja, Items. Lol. Ach, der ist weg. Der hat denn den Red Buff gemacht? Naja. Die... Und wir in Infinity Edge. Aber Aceh ist immer noch genauso nervig, wenn die erstmal zwei Items hat. Also... Mit Phantom Dancer ist die immer noch so mega nervig. Irgendwie bin ich einfach mit ihrem Slogan. Irgendwie bin ich rausgeflogen. Ja, ich hatte auch noch einen DC. Wie ich dich gerade gesaved hab, ey. Gott leid. Ja, hab ich gesehen, ne? Gesehen, da wollten alle auf mich drauf springen und dann bin ich schnell weggeflasht. Deswegen hab ich Ulti reingerauen. Achso, okay. War natürlich nicht schlecht. Ja, aber... Verreckt, aber egal. Sag ja, Malfight. Das wurden die Kills auch nützlich. Ja, das ist auch wirklich so bei Malfight. Malfight ist vor allen Dingen das Wichtigeres. Malfight ist ohne Items sogar noch witzig. Ja, klar. Weil du halt ne Ulti hast immer noch. Ja. LOL, der hat geflasht. Das sind die Sinn, Torp. Hat der Rüstungsdrehung? Nein, aber der holte sich gerade. Ich würd ihn lieber bevor er da zu machen ist. Ey, 256 AD. Bye, bye, Phil. Oh, boy. Du krass, einfach echt. Ja, die Sinn kommt, ne? Ach, ihr seid schon in der Base? Oh, ich glaub. Ich hab immer in die Runde gelaufen, das ist ein Torp. Ja, ich merk das gar nicht. Ihr macht schon Ende. Bin hier gerade noch im Mid-Game. Ich bin tot. Oh, da haben sie aber echt wieder alles in mein Gehirn. in mein Gesicht rein, ey. Krass. Ja, ja, das war's. So lustig sieht das aus, wenn dieser dicke Pokal einfach vor deinem Gesicht fliegt, ey. Das ist gut, hier. Hinter euch ist gut, hier. Da kommt die Krähe. Malfight ist noch voll into the game hier, ey. Ja, alles klar. Ich hab voll Angst, wir können das hier verlieren. Oh, hat Christian denn noch? Ja, aber der Trundle, der kloppt einfach drauf. Der Trollboy. Nein, ich wollte nicht noch mal. Ja, der war nicht schlecht. Oh, ich schreckt. Nee, ich will nicht noch mal. Okay. Vielen Dank.